Und wir sind wieder da, bei Might and Magic Duel of Champions. Ja, beim letzten Mal haben wir die Herold der Leere Kampagne abgeschlossen. Und diesmal geht's weiter bei den Vergessene Kriege heißt es. Ah, okay. So, der erste Kreuzritter. Naja, Drang in Marschformationen, die Wiese von Erde, sieht doch schon aus wie einer aus der Zugflucht, ne? Naja. Kreuzritter sind besser, wenn sie noch unbeschadet sind. Dieser Stapel besteht in erster Linie aus Kreuzrittern. Okay, ach ja, hier. In der letzten Folge hatte ich noch den Standardstapel. Ich möchte aber die. So, auf geht's. Da bin ich mal gespannt, was der jetzt zu bieten hat. Ja, ja, morgen. Was? Ach, beliebter General. Na, wie uncool ist das denn? Sonst haben diese Titel wieder krasse General und der... ...und der coole und der ist der beliebte General. Dein Schaden in einem Hölgen geheilt? Oh. Ach, ich muss drücken. Oh, oh. Oh, er kann doch nicht. Haha. Ah, ich hab auch nur die Pferde. Die können auch nichts machen. Oh, naja. So, oh. Oh. Was ist das? Treuergreif. Naja. So, da ist es schon. Achso. Soll ich den... Ja, nicht, dass er den gleich kaputt macht, ne? Ah, jetzt kann der nicht mal weg. Ja, so kann's gehen. Hat er noch einen? Tatsache. Ja, den kann... Der nehme ich gleich hier hin und der macht den kaputt. Ja, so schnell geht's. Ja. Und... Oh, soll ich jetzt mal 5 schon hoch? Oder soll ich jetzt mal zaubern? Ne. Ich jetzt zauber. Da ich hier eine ganze Reihe schon... ...wenn meinem Helden-Chart zugefügt wird. Achso, der verzaubert Kreatur. Okay. Ich verkuppelte. Was? Das kenne ich nicht. Vergängliche Oase. Gesundung? Okay. Das ist ja uncool. So wird der Stück aber schon mal. Solange der Kreuzretterfachmann ohne Schaden ist, erhält er 2 und 1. Und dann kann er denn gar nichts. Naja. So, 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 so. Der greift das mal so. Der greift direkt an. Ja, ja. So, mehr. Oh nee. Für Kabuki... Ja, da sind bestimmt noch mehr. Die das brauchen. Ne, 2? Dual-Punkte? Oh, da ist er schon. Das klappt ja super. Ja. Das klappt ja super. So, oh. Der hat... Der macht 3 Schaden. Ne, das ist nicht gut. Jetzt macht er weniger Schaden. Na ja. Muss ich was benutzen? So. Oh, da kann ich die verstärken. Wie geht das? Oh. Halten alle Kreaturen ein? Auf beide? Okay. Ach, der ist einfach so krass. Oh Mann, er macht 4 Schaden. Der macht einfach mal 4 Schaden. Okay. Den... Ah, ah. Okay. Nee, reicht noch nicht. Jetzt war einfach nur eine Eisrüstung. So. Da geht jetzt ordentlich was kaputt. Ja, so schnell kann es gehen. Oh, 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 oh. Gebe ich mir jetzt doch einen Macht dazu. Ach so, der hätte ja gar nichts gebracht, wenn ich die verstärkt hätte. Was ist das denn? Die oberste Karte eurer Bibliothek aufgedeckt. Was haben wir diese Karte in der Kreaturen? Alle Verbündeten Kreaturen... Ah, was war's? Oh. Oh, das ist gefährlich. Hat er nicht angegriffen? Wieso denn nicht? Hä? Oh, ich hab nicht aufgepasst. Ach doch, Vala! Der hat ja die Eisrüstung. Das stimmt natürlich. So, der... Oh, oh. So, der... kann nix, ja. So, der macht den einen Schaden zurück. Das ist schon okay. So, der blockiert den. Und noch... Na ja, ein Eisschild auf den hier. So, ah... Heil 2? Hm. Äh. Das nützt mir noch gar nix. Hm. Hm. Ja. Da kann er mal sehen. Ach, und jetzt hat er den Effekt schon, dass er geheilt wird. Das gibt's ja wohl nicht. Was? Was passiert da? Wendet alle? Wendet alle, die verbinden. Kreativ und Schaden. Aber nicht selbst beherrschen. Okay. Wie? Oh. Aller Schaden. Das ist ja auch toll, ne? So. So. So, was heißt das jetzt, wenn ich so mach? Dann... Oh. Dann gibt's gar nix. Das ist ja mies. Dann blockier ich... den und den. Ja, dann ist ja alles klar, ne? Ja. Tschüss. Oh, ah. Ich war's vergessen. Ja, okay. Ja, Tschüssi, Kowski, denn ne? Für den... Ja, Tatsache, kaputt gegangen. Oh, was? Der ist blau. Kreuzretter, Sergeant. Ach, für alle? Oh, oh. Okay. Ja, greif, oder? Was ist das denn? Achso, das mit dem... Genesung. Ja, greif... Der greift an. Der greift hier an. Der greift den an. Okay, der greift den an. Tja, ja. Der greift den Eisriss zum 10. Ging um was nö. Da kann ich ja hier die... Haha, jetzt kann er gar nix machen. Ja. Ja, doch. Dann hab ich schon alles. Mehr brauch ich gar nicht. Doch einen brauch ich noch. Einen macht. Auch nur, wenn der eine kommt. Größer, der Kamp. Oh, kann er nicht ausgewählt werden? Wo kriegt der aber Schaden denn her? Ich Eisdolch ziehen. Tja. Achso. Kann er so machen. Ach, hat er den zweimal gleich? Mann. Wo sind die Kreaturen? Ich brauch mehr Kreaturen. Der macht drei. Muss nicht mehr. Hm. Zwei. Der macht... Wieso macht der drei? Achso. Ja, kennst du den? Äh. Also, die richtigen Renner hat er nicht dabei, ne? Der zeigt schon auf mich. Aber der kann ja gar nix machen. Hä? Äh? Bringt's doch mehr? Was? Ach, das ist auch noch. Alle verbinden... Ja, das ist so, das hätte ich auch schon gesehen. Aber das hier... So. Sie stummeln auf alle verbinden Kreaturen. Okay. Okay. Ja. Achso. Er hat alle geheilt fast. Äh. Jetzt hab ich immer noch. Ja. Ich glaub, ich brauch mehr Kreaturen in dem Deck. Ja. Nein, das hab ich vergessen. Das stimmt. Äh. Achso. Das ist Waffenstillstand. Beide gehen zurück. Der Merthürer, naja. Ne, ach komm. Äh. Da hab ich schon gerechnet, wie die alle fallen und dann passiert's nicht. Oh. Das ist schlecht. Warum reihen die sich denn jetzt alle an? Ah, die Meerschnecke. Die ist auch mal cool. So. Da... Oh ja. Der hält ne Weile. Auf ich. Achso, der ist ja geschwächt. So. Tot. Aha. Ähm. Ja. Ja. Den kann man nicht auswählen. Ach. Aber den. hat er doch schon ein paar Mal gehabt jetzt. Jetzt wird das Sargent. Noch einer. Man kann's auch übertreiben, ne? Mit blauen Karten. So. Oh. Da ist er. Ja. Aber wo... Aber... So, hierhin. So, hierhin. Den ein. Den ein. Den ein. Den ein. Den ein. Den hier hin. Die verzauberte Kreatur erhält Heil 2. Soll ich die Rüstung geben? Ja. So. Der hält er nicht viel. Na gut. Äh. Ah. Sie kann angreifen. Wenden mal. Es ist ja die Meerschnecke da völlig umsonst. Mal da hin. Heißt die wirklich so? Yeah. Ach. Die Meeres-Schnecke. Die Meeres-Schnecke. Okay. Oh. Naja. Nein. So. Boom. Alle. Ja. Hat er nicht nachgedacht? Das bringt doch so... Das hätte doch sowieso nichts gebracht. Da... Oh. Was? Fokussierter Angriff. Jawohl. Fokussierter Angriff. Fokussierter Angriff. Achso. Ha. Ist ja ein Gebäude. Das steht einfach so da rum. Dann hat sie das jetzt. So. Der Kirin. Geht... Oh nein. Man kann sich ja nicht mal... Oh. Dem kann man sich rächen. Einfach so. Nö. Ist ja uncool. Ah ja. So. Was gibt's hier? Achso. Ja. Kann ich auf sie natürlich nicht mehr machen. Dem Helden Schaden zugeführt werden. Das bringt ja nix. Ach. Ich guck immer nicht, was man hier unten da so machen kann. Klicke einer ab. Das hier eine Karte. Das ist ja auch nicht so toll. Das hätte ich natürlich... Oh. Aha. Was ist das? Ach. Die kriegt einfach weniger denn. Wieso hat denn der so viel? Ja. Okay. Den kann man hier verstärken. Jetzt hat er schon sechs. Fokussierter Angriff. Drei hat er auch. So schnell kann's gehen. Ach. Ach. Ich kann ja noch eine ziehen. Ich kann ja noch eine ziehen. auf die Hand auf die Hand. Den ziehe einer. Das mache ich. Der ist ja cool. Da. Aber wir hatten... Ach. Aber der kann dahinter, ne? So. Der kann hier hinten. Ich glaube, der kann da hinten nicht angegriffen. Hm. Ja, ja. Ach, der hat noch gar nicht angegriffen. Hm. Okay. So, was wird der tun? Haha. Obwohl es gar nichts bringt. Was ist das denn? Schaden. Oh. Was? Was ist da passiert? Bei allen verbindeten Kreaturen wird der Schaden... Ach, geheilt. Ich dachte, der macht Schaden bei mir. Ist ja auch nicht so krass, ne? So, der hat er noch. So, jetzt habe ich vier. Aha, tot. Ja. Der kann... Hier am besten. Da wird er nicht so angegriffen. So. Jetzt zu heilen, ja. Gebe ich mal dem. Das hätte ich noch nie benutzt. Mal gucken, wie das funktioniert jetzt, ne? Jetzt hat sie zwei heilen. Und den. Jedes Mal, wenn ich dran bin, heilt er den. Zwei. Oh, der hat aber viele davon und die sind noch so krass. Vier und fünf. Tatsache. So. Sucht. Okay, ne, brauche ich aber nicht. So, weg. Schon kaputt. Genau. So. Oh, Moment mal. Auf den Schaden geht der jetzt in der ganze Menge. Zieh. Ja. Ja. Was ist denn der? Segen noch. So, kann er das noch zweites Mal haben? Ja, genau. Genau. Nächste Runde, der. Oh. Wieder vergessen. Der hat ja gar keine... Ne, der hat immer nur die gleichen Karten. Der hat doch fast gar keine Zauber. Trotzdem dauert es lange, ne? Weil er einfach so viele Monster hat. Oh. Das ist... Ja, alle werden verstärkt. Ich einfach mal... So. Sechs Schaden. Oh, ja. So, da ist er dran. Ach, jetzt ist der Kirin wieder... Voll... Okay. Ach so. Naja. So. Oh, und jetzt reicht's nicht. Ach, Mist. Nein, jetzt... Ach. Ich kann noch einen ziehen. Na, die Pferde, ne? Ach, denn da ist noch eine Runde länger. Na, 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 ja. Ach, als ob er jetzt irgendwas noch verhindern kann. Kann er ich natürlich nicht. Wieso ist denn der voll? Kann er das voll machen? Doch. Oh. Okay. Geil. So. Jetzt reicht es doch. Jetzt reicht es. So. Genau bei null. Nein. 18 Minuten trotzdem. Ja, mit seinem ganzen Zeug da... Naja, trotzdem. Sieg! War ja trotzdem okay. So. Dann... Au, ich hab 15.000. Dann kaufe ich jetzt noch Karten und wir sehen uns in der nächsten Folge von... Might and Magic.